Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Skyrim in Hübsch. Ich habe die letzte Aufgabe, die letzte Aufnahme passt auf die Aufnahmetaste. Und deshalb haben wir jetzt das Problem, dass ich alles nochmal spielen muss, zumindest diesen Abschnitt, weil ihr ihn nicht gesehen habt. Komm. So. Gebe mir dein Zeug, meine Stahlteilung und Tank des Beschwörers. Genau, du gibst mir auch deine Sachen, wie zum Beispiel den Zaubertrunk des Bedämpften, den Stahlpfeil, die Talmockerputze, die Gifte, die Schlüssel zum Verhörzimmer, Rolle des Schutzkreises, Rolle der Massenmärkung, Ring der geringen Zerstörung und den Elfenbrot, natürlich. So. Und jetzt. Nein, lesen wir nicht. Jetzt haben wir hier unser Dossier, was wir sollen. Und, ähm, wir müssen noch was anderes finden. Und zwar, was mir gerade eben aufgefallen ist, was wir gerade eben nicht gemacht haben, ist hier der Schlüssel dafür. Den haben wir leider nicht gefunden und deshalb muss ich mal hier ein bisschen rumlaufen, gucken, ob ich den irgendwo finde. Lager, nein, eine Kaffeekanne brauche ich nicht. Schade. Kommode, durchsuche die mal. Äh, nö. Ähm, Entschuldigung, aber ich muss mal kurz aufhören. So, da bin ich wieder. Und ich habe tatsächlich diesen Behänderte Rüstung. Was macht die? Was gibt die uns? Was würde die uns geben? Behänderte Rüstung, das ist eine schwere Rüstung. Äh, nein, die kann ich direkt wieder droppen. Und die Elfenbein Rüstung anziehen. So. Eigentlich mag ich ja die Elfen, aber irgendwie sind die scheiße zu mir oder zumindest zu ihm. Öffnen. Öffnen. Hier ist nichts. Schade. Dann gehen wir mal zu ihm. Wie schon gesagt, weiß ich nichts weiter darüber. Gut. Ich bin nicht hier, um euch zu quälen. Natürlich bin ich das nicht. Wer? Was wollt ihr dann? Äh, ich möchte dich befreien. Natürlich. In Ordnung. Los. Hier entlang. Die Wachen beseitigen hier die Leichen. Der Weg muss irgendwo hinführen. Gut. Äh. Geht schon mal vor. Danke, dass ihr mich befreit habt. Ich schulde euch was. Besucht mich in Rifthorn, wenn ihr es hinaus schafft. Gut. Dann lauf mal vor. Obwohl, ich bin hier eigentlich schon fertig. Aber ich muss ja noch das eine Objekt lesen. Ja. Ja, genau. Suche nach der Rückkehr. Höchste Priorität. Flüchtling. Abgesandte Geheimheit. Männlich. Nordende 70. Okay. Hintergrund. Operative Anmerkung wird immer noch im... Da wir immer noch im Dunkeln halt tappen. Das ist die Ursache der Bedeutung. Da, da. Es war's. Ach, wie die Wurzeln. Anstrengung. Ja, okay. Habe ich verstanden. So. Ich habe gesehen, wie die Wachen Leichen in diese Richtung geschleppt haben. Das könnte ein Ausgang sein. Ja, dann klingt gut. Ich werde euch folgen. Aber erst mal sollten wir gehen. Ähm. Ja. Kommt ruhig hier runter. Oh. Verdammt. Wieso muss das immer auf sowas hinauslaufen? Trank der Feuerresistanz. Trank der Gesundheit. Trank der kleinen Halbenteig der Regeneration. Trank der höchsten Ausdauer. Ähm. Was haben wir noch? Äh. Okay. Das bedeutet. Ja, ich habe es verstanden. Ich würde gerne. Schwert der Kling. Ah. Auf links ausrüsten. Wie immer. Mein Pelzschild auf rechts. Und, äh. Nein, das brauche ich eigentlich nicht. Aber. Ich würde gerne das Gift des Langenleines. Genau. Zack. Und. Und. Seht die Zukunft. Seht die Talen. Wuhu! So. Fehlt noch einer. Fallentürschlüssel. Super. Schlüssel zum Verhörzimmer. Gut. Stahlfalle. Trank der Flüchtigen. Unsichtbarkeit. Wie schön. Was haben wir denn hier noch? Fallentürschlüssel. Gold. Wein. Stahl. Stahlkolben. Nein. Äh. Brauche ich hier noch was? Als Quest oder so? Äh. Ein Komma aus der Botschaft. Ja, okay. Dann. Raus hier. Super. Wir sind endlich draußen nach, ich glaube, fünf Folgen oder so haben wir es endlich geschafft. Wie schön. Rot ist stark überbewertet. Natürlich. Wir haben hier einen Eistroll. Und schon sind wir tot. Ich bin so richtig scheiße gerade. Wieso haben wir hier auch ein Eistroll? Hm? Wieso? Wieso? Wir sind hier in den Eistrollen. Der kann hier hoch. Gar nicht gut. Oder? Kann der hier hoch? Oder? Also der Eistroll ist auf jeden Fall da, der ist normalerweise genau da, wo ich hinmöchte. Ist natürlich richtig... Scheiße, ich. Na komm, bring ihn zur Strecke. Kommen nur noch ein paar. Ja. Ich habe einen Troll besiegt. Ich habe einen Troll besiegt. Ich habe einen Troll besiegt. Stahlpfeile 4, Trollfett. Tada. Das bedeutet, ich komme hier raus. Aber was gibt es hier unten? Große Frage. Na. Nichts. Super. Boah, ist das blendend hier. Egal. Dann laufen wir mal durch und sind in Himmelsrand angekommen. Ja. Wir sind da, wo wir hin wollten. Und dafür haben wir anderthalb Stunden gebraucht? Etwa. Etwa anderthalb Stunden. Wie schön. Ist ja gar nicht wenig gewesen. Und war ja auch komplett unspektakulär. Ich habe mir einfach so geholfen. Also, danke. Beschaffe dir deine Ausrüstung. Haben wir? Ja, ich muss ja... Ich muss ja... Ähm... Hallo? Nicht dahin. Ich möchte gerne... Nach... Dingsreisen. Genau, nach Fluss. Du kannst nicht schnell reisen, wenn Feinde in deren Nähe sind. Wo habe ich denn hier Feinde? Ach, da vorne. Boah. Boah. Shit. Ja, gut. Objekte. Schwert der Klingen. Gib mir Schwert der Klingen. Ja. Ja. Na. Ein Wolfspelz. Ja. Und ich bin ein Level aufgestiegen. Genial. Kann ich denn jetzt zumindest schnell reisen? Ich möchte von diesem schaurigen Ort weg. Ja, ich kann. Und... Nein, kann ich nicht. Genial. Ich kann ja auch gar nichts machen, ne? Oh. Da sollte ich vielleicht nicht runterfallen. Aber... Dann werte ich wenigstens mein Talent auf. Und... Ja, ich bin... Für Gesundheit auf jeden Fall. Ist etwas... Ziemlich heftig. So. Hier kann ich nichts machen. Gut. In der Schmiedekunst kann ich auch nichts machen. Dann brauche ich mindestens Level 30. Schwere Rüstungen brauche ich nichts. Blocken... Blocken brauche ich jetzt auch nichts. Ich kämpfe lieber einfach so. Also... 40% mehr Schaden. Ja, wieso nicht? 60% mehr Schaden kriege ich nicht, aber... 10% folgen das ein kritischer Treffer zu der... Einen kritischen Treffer. Ja... Ja... Wieso nicht? Leistrüstung. 40% mehr. Ja... Schleichen. Schleichangriffe mit Einhandwaffen verursachen 6-fachen Schaden. Das ist natürlich richtig genial. Das ist der Bogen, der ist 40. Ähm... Ich würde sagen... Brechen. Also entweder das... Oder Schießkunst. Ah, da brauche ich F440. Ah, ich nehme mal den zusätzlichen Schaden. Schaden ist immer gut. Zack. Juhu. Dann habe ich hier auch noch ein bisschen mehr Schaden drauf auf dem Bogen. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Kann ich denn jetzt reisen? Nein, kann ich wahrscheinlich immer noch nicht. Ich sag jetzt nicht, dass hier ein Drache in der Nähe ist. Oh. Ja, und ich würde sagen... Das war's mit dieser Folge. Und äh... Hier. Hier sind auch irgendwo Wölfen. Da sind sie. Aber der war jetzt nicht so schwer. Dann bis zum nächsten Mal. Ähm... Und... Haut rein.